Hohen Saaten Jetzt sind die Koppel Die Scheibe hat gar nicht geputzt Das ist der große Hohen Saaten Da war schon alles Wir müssen doch mal reinfahren Und bestimmt noch mehr Wir brauchen den Bus am Wald und so Das ist etwas Großes, was da kommt Die Scheibenrichtung wurde auch richtig geputzt Das werden wir gleich machen Vor dem Bordschild noch mal einhalten Passionsnei Und Saaten Ja, so schön geputzt Ja, die halten wir an Auf der Seite da Wir müssen die Hände machen So, hier Wir wissen ja auch, warum das jetzt alles ausgebaut wurde Straßenmäßig Weil die Straße nämlich in den Osten führt Hohen Saaten Hier, Feuerwehr Ja Vielleicht gibt es etwas zu essen Das wir mal frühstücken können Heute ist der Saaten Was steht da dran? Ja, das ist irgendwo ein Bäcker Mal gucken Jetzt holen wir mal Was haben wir denn hier hin? Ja, das ist eine Brücke Wir lassen erstmal rüber Und dann drehen wir oben Auf der anderen Seite ist er bestimmt wegen den Polen schon Oder beziehungsweise die polnisch verweilenden Gebiete Deutschlands Kann ich mir gut vorstellen Kann ich mir gut vorstellen Aber hier sind immer noch deutsche Namen Zu den Schleusen Hier will ich umdrehen Umdrehen erstmal zum Deckel Ja, da drehen wir nicht herum Da sind Schleusen sogar Da hinten Schäfzorn Metallbau So, wenn mich nicht alles täuscht Das ist irgendwie Muss ja wohl die Oda sein, ne? Ja, da denke ich auch mal Hier ist die Fisch-Achse aus Da hinten So, dann wollen wir mal links rein Da muss ja irgendein Bäcker sein Da muss ja irgendein Bäcker sein Und den versuchen Da ist er ja, der Bäcker Da hinten Hier hätte man auch gefahren können Da halten wir hier mal an Irgendwie ist Backshop Und immer das Oh, da haben wir was gekauft Komm zurück hier Käse Da hinten Weite Protonel umdrehen Ja, das ist noch nicht mehr Der Spendeplatz Machen wir Den nutzen wir jetzt auch Den nutzen wir jetzt auch Schöne Wellen Werken prahl Der Spendeplatz Der Spendeplatz Der Spendeplatz Wie geht es wohl eben Wischung Schöne Da sind Gute WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR